Jeder Mensch ist zum Spielen geboren. Und das hatten wir diesen Sommer vor. Spielen. Als ich in der F-Jugend war, war Corona noch ein spanisches Bier. Damals, 15, C-Jugend, dritter Torwart. Mein Trainer wusste immer schon, dass ich es weit bringen würde. Ich hatte schon so hart trainiert. FIFA 20, das größte Spiel unseres Lebens. Und über allem der Geruch von Bratwurst. Jetzt war es fast so weit. Das Spiel war so gut wie ausverkauft. Wir plakatierten die ganze Stadt, betraten endlich den heiligen Rasen und... Warte mal kurz. Echt, Jungs? Ihr könnt gerne hier im Stadion spielen, aber bitte kein Fußball. Und bitte nicht dieses Jahr. Ihr wisst schon, Corona und so. Geht nicht. Scheiß Corona. Na gut, kein Fußball. Und nicht dieses Jahr. Aber so. Das ist doch vielleicht. Nichtesあぁ. Nichtes Ähnliches. Nichtes Miz hay. Das war's für heute.